Hallo, ich bin die Seah und ich lebe in der Dominikanischen Republik. Zusammen sind wir das Junior Surf Team Deutschland. Hi, my name is Enzo Ackermann, I'm 16 years old and I'm on the German National Surf Team. Moin, ich bin Pelle und komme aus Hamburg und gehöre zum Junior National Team. Hallo, ich bin die Nina. Für mich ist es speziell, mein Land zu repräsentieren, weil meine Wurzeln von Deutschland stammen. I'm Jack, I'm from Mexico. Hallo, ich bin Ludmilla Günther, ich komme aus Trinidad und Tobago und zusammen sind wir das Junior Surf Team Deutschland. My name is Jarko, I come from Portugal and I'm part of the German Junior Team. Hola, soy Kai, vengo de Tenerife y pertenezco al equipo alemán de Surf Junior. Hallo, ich bin Kikoa, ich komme aus Portugal, ich gehöre zum Junior Surf Team. Hallo, ich bin Noah und ich wohne in Biarritz und ich gehöre zum Germany National Team. Hallo, ich bin Tristan Strath, ich komme aus Biarritz und bin im Junior Surf Team. Wir sind ein tolles Team und zusammen wollen wir dieses Jahr bei den ISL World Junior Championships in Rio Medaillen für Deutschland holen. Aber wir brauchen deine Unterstützung. Warum? Für Unterkunft, Verpflegung, Trainerstab, Betreuer, Startgebühren und Logistik fällt so einiges an. Deshalb bitten wir dich, unterstütze uns mit deiner Spende, werde Teil unseres Teams und Teil der Zukunft des deutschen Surfens. Denn wir haben einen gemeinsamen Traum, die Olympischen Spiele. Mit deiner Unterstützung würden wir gerne diese Version Wirklichkeit werden lassen. Support us with your donation, be a part of our team and be a part of the future of surfing in Germany. Because we all have one dream, the Olympic Games. And we would love to share this vision with you. Let's go Rio! Let's go Rio! Let's go Rio!